Für dein Faszientraining bieten dir die Arzt Vitality Hölzer eine formschöne und nachhaltige Alternative zu künstlichen Polyethylenprodukten. Alle Produkte werden in Deutschland aus heimischer Buche getrechselt. Gefinished werden die Produkte mit absolut unbedenklichen Materialien, die für die Produktion von Medizinprodukten und Spielzeugen zugelassen sind. Wir werden dabei unserer Verantwortung gerecht für Menschen und Umwelt. Das Produkt ist nachhaltig und den Inklusionsgedanken verfolgen wir dadurch, dass alle Produkte veredelt werden in Werkstätten für Menschen mit Behinderung. Dieses nachhaltige Sortiment aus Buchenholz für dein Faszientraining umfasst das Faszienholz, das Faszienholz Mini, das Rundholz und das Duo Holz. Natürlich bietet dir ein Faszienprodukt aus Holz eine höhere Intensität als ein künstliches Material. Die bei jedem Produkt verwendeten Naturkautschukringe dämpfen dabei einerseits die Intensität, sorgen aber auch für ein sauberes Abrollen auf deinem Boden. Sollte dir die Intensität dennoch zu hart sein, verwende die Produkte in Verbindung mit einer Gymnastikmatte. In einem weiteren Film stelle ich dir unsere Trägerhölzer vor, die unter den gleichen Bedingungen und aus dem gleichen Material gefertigt sind. Mach mit, stell dein Training auf Nachhaltigung. Unsere Produkte erhältst du bei uns im Shop. Kommentiere sehr gerne dieses Video und abonniere unseren Kanal.